Die Bibel definiert die Liebe zu Gott und zu unseren Menschen, die wir täglich ausleben sollen, so. Professor Paulus hier im inspirierten Brief an die Korinther, 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beschneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich glaube, da kann man nichts mehr hinzufügen.